Heute für euch, die 10 mächtigsten magischen Wesen in der Zaubererwelt. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Top 10 der mächtigsten magischen Wesen der zaubernden Welt sprechen. Der Begriff Wesen ist eine der drei Klassifizierungen, die vom britischen Zaubereiministerium verwendet werden, um die verschiedenen magischen Kreaturen zu unterscheiden. Der Begriff Wesen bezieht sich im Wesentlichen auf humanoides Leben in der Zaubererwelt, das typischerweise menschliche Merkmale aufweist, wie ein Kopf, eine normale Anzahl von Gliedmaßen und zwei Augen. Man könnte jedoch damit argumentieren, dass diese Merkmale aus einer relativ menschenzentrierten Sichtweise stammen. Trotzdem gibt es einige Ausnahmen, wie du gleich sehen wirst. Nach dieser Einteilung gibt es immer noch eine beträchtliche Anzahl humanoider Kreaturen in der Zaubererwelt, die über die traditionellen menschlichen Hexen und Zauberer hinausgehen, was die Liste unterhaltsam machen wird. Die Liste wird nach der geringsten bis zur stärksten Macht geordnet sein und ich werde mich an den Kanon halten, um meine Argumentation zu unterstützen. Lasst uns direkt eintauchen. Nummer 10. Geister Geister, die wahrzigen, bösartig aussehenden Erscheinungen ähneln, sind abscheuliche Wesen in der magischen Welt. Sie werden häufig mit Hexen verwechselt, besonders in der Muggelliteratur. Doch es ist wichtig zu wissen, dass Geister und Hexen zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. In der magischen Welt können Hexen durchaus schön sein, während Geister eher gruselig und oft mit nur vier Zehen an jedem Fuß versehen sind. Geister haben eine begrenzte magische Fähigkeit und sind dafür bekannt, eine Vorliebe für Menschenfleisch zu haben, insbesondere für das Fleisch von Kindern. Trotz ihrer geringen Statur und begrenzten Magie sind Geister sehr gefährlich, besonders für Kinder. Nummer 9. Trolle Auf Platz 9 unserer Liste stehen die Trolle. Riesige, humanoide Kreaturen von immenser Größe, die ursprünglich aus der nordischen Mythologie stammen. Sie können bis zu drei Meter groß werden und eine Tonne wiegen. Es gibt verschiedene Unterarten von Trollen, wie Waldtrolle, Bergtrolle und Flusstrolle. Mit überproportionalen, großen Händen. Trolle sind unglaublich gefährliche und aggressive Wesen mit einer Vorliebe für Menschenfleisch, was sie besonders furchterregend macht. Obwohl Trolle über rudimentäre Magie verfügen sollen, ist nicht genau bekannt, wie diese genutzt wird. Die Achillesferse der Trolle ist ihre Intelligenz, da sie in der Regel ziemlich dumm sind. Tatsächlich ist der niedrigste bestehbare Zauberprüfungstest oder die Note nach ihnen benannt worden, weil Trolle eben so dumm sind. Nummer 8. Vampire Ja, Vampire gibt es auch in der Welt von Harry Potter, obwohl sie in der Hauptgeschichte nur eine kleine Rolle spielen. Sie ähneln äußerlich oft normalen Hexen und Zauberern. Sind jedoch mächtige magische Wesen, die für das Aussaugen des Blutes ihrer Opfer bekannt sind. Vampire haben erhöhte Sinne wie Sehkraft, Gehör und Geruchssinn, sowie die Fähigkeit, sich in Fledermäuse zu verwandeln. Ihre größten Schwächen sind, dass sie keine traditionellen Zauberer-Magie verwenden können und empfindlich auf Knoblauch reagieren. Und auch auf Silber. Nummer 7. Packwutgi Auf Platz 7 finden wir eine amerikanische Kreatur, den Packwutgi. Die Packwutgis sind kleine, gräue gesichtige Wesen mit großen Ohren, die entfernt an europäische Kobolde erinnern. Sie sind wild, unabhängig, trickreich und nicht besonders menschenfreundlich, besitzen jedoch ihre eigene mächtige Magie. Packwutgis jagen mit tödlichen, giftigen Pfeilen und spielen den Menschen gerne Streiche. Eine Ehre für sie ist es, dass eines der vier Häuser von Ilvermorny nach ihnen benannt wurde. Nummer 6. Riesen Riesen belegen den sechsten Platz auf dieser Liste. Sie sind unglaublich mächtige Wesen, die in isolierten Stämmen leben, getrennt von der restlichen Zauberergemeinschaft. Sie sind durchaus schlauer als Trolle, aber weniger intelligent als Menschen und ihr angeborener Blutdurst hat in der Regel zu einer eigenen Bevölkerungskontrolle geführt. Die Stärke der Riesen liegt buchstäblich in ihrer Größe. Sie sind größer als fast alle anderen magischen Kreaturen, genauso stark wie Drachen und äußerst widerstandsfähig gegenüber Zaubersprüchen. Riesen haben sich während des ersten und zweiten Zauberkrieges auf die Seite von Voldemort gestellt. Trotz ihrer immensen Kraft haben sie eine Schwachstelle. Ihre Augen sind anfälliger für Zauber und Angriffe, was es den Guten ermöglichte, sie auszuschalten. Diese offensichtliche Verwundbarkeit ist der Grund, warum sie nicht weiter oben auf der Liste stehen. Nummer 5. Zentaurin Auf Platz 5 stehen die Zentaurin. Wesen aus der griechischen Mythologie, die den Oberkörper eines Menschen und den Unterkörper eines Pferdes haben. In der Welt von Harry Potter besitzen Zentaurin die Gabe der Wahrsagerei. Eine magische Disziplin, die ihnen Einblicke in zukünftige Ereignisse ermöglicht. Obwohl sie sich selbst als Bestien einstufen, um den Status Wesen nicht mit Kreaturen wie Geistern zu teilen, sind sie eher in der Kategorie der Wesen einzuordnen. Zentaurin sind groß und beeindruckend und beherrschen verschiedene magische Disziplinen, wie Heilmagie, Wahrsagerei, Astronomie und Bogenschießen. Sie sind auch fähig, nonverbale Magie anzuwenden, obwohl ihre Fähigkeiten im Vergleich zu menschlichen Hexen und Zauberern unterschiedlich sind. Nummer 4. Hauselfen Hauselfen sind ziemlich kleine Wesen. Sie zeichnen sich durch ihre spindeldürren Gliedmaßen, übergroße Köpfe und Augen sowie spitze, fledermausartige Ohren aus. Sie wirken sicherlich nicht besonders furchteinflößend. Trotz ihres bescheidenen Aussehens und ihrer geringen Statur gehören sie zu den mächtigsten magischen Wesen in der Welt der Zauberer. Hauselfen können mühelos zauberstablose Magie auf sehr hohem Niveau anwenden, sogar höher als eine gut ausgebildete Hexe oder ein Zauberer. Sie beherrschen das Apparieren mühelos und können eine Hexe oder ein Zauberer blitzschnell entwaffnen. Zudem schützen sie diejenigen, denen sie Treue geschworen haben, mit größter Hingabe. Hauselfen sind so mächtig, dass sogar Harry Potter selbst bemerkte, dass sie in fortgeschrittener Magie oft besser sind als die meisten Zauberer. Ihre Schwachstelle liegt in ihrer Domestizierung. Nummer 3. Velas Vela waren magische Wesen, die schönen Menschenfrauen ähnelten, mit weiß-goldenem Haar und mondheller Haut. Sie sind dafür bekannt, ihr gutes Aussehen zu nutzen, um zu bezaubern und zu hypnotisieren. Doch eine Vela hat mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick sieht. Wenn sie wütend sind, nehmen sie eine weniger angenehme Gestalt an. Ihr Gesicht vergrößert sich zu einem scharfen, grausamen Vogelkopf und schlüppige Flügel brechen aus ihren Schultern hervor. In diesem Zustand können Velas auch Feuerbälle aus ihren Händen schleudern. Sie beherrschen zudem eine eigene Form von sauberstabloser Magie. Es ist bekannt, dass Velas manchmal menschliche Partner wählen, wie zum Beispiel Fleur de la Cour. Ob Halb- oder Viertel Velas sich jedoch genauso verwandeln können wie Vollvelas, ist nicht bekannt. Nummer 2. Kobolde Kobolde, die oft mit Hauselfen verglichen werden, waren hellhäutig gewesen und etwas größer als Hauselfen. Sie hatten dunkle, schräge Augen, spitze Nasen und spitze Ohren. Ähnlich wie Elfen beherrschten Kobolde zauberstablose Magie auf einem besonders hohen Niveau, möglicherweise sogar höher als Elfen. Zudem waren sie geschickte Metallschmiede und kontrollierten die Wirtschaft der Zauberer durch das Bankensystem und die Prägung der Währungen. Ihre größte Stärke jedoch war ihr Verstand, obwohl sie von vielen Hexen und Zauberern fälschlicherweise als unterwürfig und minderwertig angesehen wurden. Im Laufe der Geschichte haben die Kobolde immer wieder Kriege gegen die Zauberer geführt, um Ungerechtigkeiten in ihrer Kultur zu bekämpfen. Doch die Zauberer behielten stets die Oberhand. Und auf Platz 1 stehen natürlich normale menschliche Hexen und Zauberer. Dies mag einige überraschen, da Menschen weniger einschüchternd sind als viele andere Wesen auf dieser Liste. Sie sind nicht riesig, nicht mit beeindruckenden magischen Fähigkeiten geboren, können nicht fliegen und sind nicht immer sehr intelligent. Dennoch sind die Zauberer insgesamt wohl die mächtigste Spezies, denn sie sind die Hauptakteure in der Zauberergesellschaft. Die Geschichte zeigt deutlich, dass die mächtigsten Individuen, die die Welt der Zauberer je gesehen hat, Menschen waren. Nicht alle Hexen und Zauberer sind mächtig, aber ihre Potentialgrenze ist höher als bei einigen anderen Wesen auf der Liste, wie berühmte Zauberer wie Dumbledore, Grindelwald, Voldemort und sogar Merlin zeigen. Und das war's auch schon mit diesem Video. Welche Wesen würdest du in deine Top 10 aufnehmen? Habe ich irgendwelche Wesen vergessen, die unbedingt rein müssten? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.